Ach, das bringt einen Schädel zum Leuchten. Also einen der Köpfe zum Leuchten. Achso, und sobald ich weggehe, wird er aufzuleuchten. Ich muss also einen meiner Himos da hinstellen. Okay. Na, die Falkenstatue oder was das hier darstellen soll, die macht leider auch nichts. Ich dachte, vielleicht öffnet das Tor hier. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ja, dann nehmen wir mal das Tor da oben noch. Das dürfte wahrscheinlich hier unten hin... Denk ich mal. Ach ja, was ist ein Labyrinth ohne Portalrätsel? Die Rune ruft. Okay, das bringt mich an einen ganz anderen Ort. 48, okay. Äh, alle habe ich nicht einladen wollen. Kämpft! Verteidigt euch! Ernsthaft? Die können gar nichts. Die sind 24, merkt gerade. Okay. Wenn hier berühren... Zu euren Befehlen! Verstanden! Achtung! Okay, wieder mal so ein Sammler. Vorsicht! Achtung! Okay, ich habe keinen Berserk mehr gerade. Ich kann mich wenigstens heilen. Kämpft! Zeit zu sterben! Ich habe es gerade überlegen. Verteidigt euch! Durchhalten! Flucht! Vorsicht! Ja, das bringt nicht viel. Dem zwar weniger Schaden, ich mache aber weniger Schaden. Achtung! Achtung! Kämpft! So, noch eine Erdmünze, ein Panzerhelm, ein Zeitenring. Eilen! Zurück mit euch! So, den Minotaurus wegmachen. Vorsicht! Wir haben noch einen Schädel entdeckt. Schädel sage ich, einen Steinkopf entdeckt. Zu Befehl! Verzüglich! Bereits! Und los! Vorwärts! Zu Befehl! Schickt sie zum Seelenfluss! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! So, mach die mal platt. Ah, noch ein wenig hier zum Berühren. So, ist das wieder einer zum Berühren oder einer zum Lesen? Okay, das hilft jetzt nicht viel, ehrlich gesagt. Hier, mir nach! Mir nach! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Na gut, das hilft insoweit, dass man mit dem Hero hierher kommt und dass ich von unten nur an dem Kampfmeister vorbei müsste. Und mal speichern sollte. Also, ja, das Speichern hilft es jetzt nicht. Verteidigt euch! Oh, hier bin ich eher alleine auf mich gestellt. Verteidigt euch! Kämpft! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Ah ja, zwei Mänhiere zum Öffnen. Denk ich, hoffe ich mal. Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! So, und jetzt machen wir die drei mal um. Ha! Ja, das macht Spaß! Den Män hier berühren. Den Män hier berühren. Hilft mir auch nicht gerade viel gerade. Das hier doch hilft mir. Steh verstanden! Alles klar! Hier! Folgt mir! Jetzt kann ich mich nämlich hier durchkimpfen. Ich bin peut- Ich bin glaube ich hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Gefahren. Aber ja, das sollte ich mir dann wahrscheinlich irgendwann mal aufschreiben. Was auf dem, wenn hier stand. Und ja, unbesicht langsam. Ich werde eigentlich schon längst die beiden austauschen gegen die 36er. Auf mein Zeichen. Schnell. Und los. Feindlicher Angriff. Nehmen wir mal einen von denen aus dem Spiele, den wir in einen lassen versteinern. Verstärkt die Deckung. Halt doch still. Ich kann ihn halt dauerversteinern mit hier, was praktisch ist. Hier. Schnell. Hm. Schlag sie zurück. Verstärkt die Deckung. Bereit. Und los. Folgt mir. Folgt mir. Schnell. Okay, noch ein Min hier. Mal gucken, wo geht jetzt was auf? Oder muss ich da was reinschmeißen? Oh, eine sternförmige Bulde. Sternförmiges Amulett einsetzen. Will ich jetzt das Amulett los? Ja. Gut. Das scheint mich zu was separatem zu bringen, aber können wir uns ja mal angucken. Zurück mit euch! Oh, also der tut weh. Oh, der hat grad verdammt viel Glück. Oh ja, ich könnte meine Leute von unten herbeiziehen. Die Rune ruft. Aber. Zu Befehl. Wozu? Wird sofort ausgeführt. Jetzt hat er auch noch ab.